Zum Abschluss noch drei Fragen, die Sie bitte jeweils in einem einzigen Satz beantworten mögen. Was haben die Bürger eigentlich von Stuttgart 21? Mehr grüne Stadt, mehr Mobilität und mehr Jobs. Wann haben die Mobilität 21 wirklich in Betrieb? Nach meiner Kenntnis heute in 2019. Wovon träumen Sie eigentlich, wenn Sie einmal ausnahmsweise nicht von Stuttgart 21 kommen? Das war keine Frage, meine Frau.